Hast du dir so richtig Mühe mit deiner Kannenwelt gegeben und würdest sie gerne mal der gesamten Community präsentieren? Dann ist dieses neue Event genau das, worauf du gewartet hast. Passend zum zweiten Jubiläum von Genshin Impact möchte ich etwas Besonderes und Neues erschaffen und rufe somit das Kannen-Zauber-Event ins Leben. Beim Kannen-Zauber geht es darum, eure Kannenwelt innerhalb von 10 Minuten zu präsentieren, die Geschichte dahinter zu erzählen und uns alle daran teilhaben zu lassen, damit all eure Mühe und Zeit, die ihr in eure Kannenwelt investiert habt, auch mal gesehen werden. Dabei tretet ihr gegen vier weitere Kandidaten an und das Ganze findet live im Stream statt, am Montag, den 26.09. ab 20 Uhr. Eure Präsentation wird dabei von einer dreiköpfigen Jury bewertet und auch der Chat darf Punkte vergeben. Nachdem jede Kannenwelt präsentiert und bewertet wurde, gewinnt die Kanne mit der höchsten Punktzahl. Für die Siegerkanne gibt es einen Gutschein im Wert von 50 Euro. Die Teilnahmebedingungen sehen wie folgt aus. Alle dürfen mitmachen und sich für das Event anmelden, egal ob auf Mobil, PC oder Playstation gespielt wird. Stellt nur sicher, dass ihr erstens am 26.09. von 20 bis ca. 23 Uhr Zeit habt. Zweitens ihr euer Gameplay über Discord oder Twitch streamen könnt und ihr ein Mikrofon und Headset habt, damit wir miteinander reden können während des Streams. Nun stellt ihr euch sicherlich die Frage, wie ihr euch anmelden könnt. Das Ganze erfolgt per Video. Ihr macht also eine Tour durch eure Kanne, nehmt diese auf. Das kann mit oder ohne Kommentar sein. Danach ladet ihr das Video auf YouTube hoch, zum Beispiel privat und postet dann den Link auf dem Rudel-Discord. Den Link findet ihr in der Beschreibung des Videos oder halt auch im obersten Kommentar unter diesem Video in den Kanal Kannenzauber. Stellt sicher, dass ihr auf den Discord die Genshin-Rolle zugewiesen habt, damit ihr diesen auch sehen könnt. Das Video sollte nicht länger als 5 Minuten gehen, beschränkt euch also auf eure Highlights und den Rest könnt ihr dann gegebenenfalls noch live im Finale präsentieren. Der Einsendeschluss für eure Videos ist Samstag, der 24.09.12 Uhr mittags, damit ich dann noch genug Zeit habe, alles durchzuschauen, zu bewerten, die Finalteilnehmer zu ermitteln und natürlich auch zu benachrichten. Da ich eure Kannen dann bereits kenne, werde ich kein Jurymitglied während des Livestreams sein, sondern nur der Gastgeber. Die Jury wird eure Kannen im Vorfeld daher nicht zu Gesicht bekommen, damit diese noch überrascht werden. An dieser Stelle wirklich nochmal der Hinweis und die Bitte, dass ihr euch wirklich nur anmeldet und euch die Mühe macht, mit dem Video dieses einzusenden, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr im Falle einer Finalteilnahme am Montag im Livestream auch wirklich dabei sein könnt. Also stellt sicher, dass ihr dort Zeit habt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Vorbereiten und Aufnehmen eurer Kannenwelten und freue mich über zahlreiche Einsendungen. Ich weiß jetzt schon, dass ich nicht nur einmal staunen werde über eure Kreativität. Also lasst den Kannenzauber beginnen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Vorbereiten und Aufnehmen und aufnehmen und aufnehmen.